Moin moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Große Freiheit TV. Ja, heute mal ein sehr persönliches Video und zwar, wie ihr schon an dem Titel von diesem Video erkennt, werde ich Deutschland verlassen. Ich habe jetzt hier meine Zelte abgebrochen, ich habe meine Wohnung verkauft und da möchte ich halt einfach hier erstmal so ein bisschen erklären, wie es denn zu dieser Entscheidung gekommen ist. Da habe ich mir hier ein paar Notizen aufgeschrieben. Also wer hier meinen Kanal verfolgt, der weiß, dass ich so im Sommer, wann war das, Ende Juli, so vor vier Monaten hatte ich mal ein Video darüber gemacht über Enjoy the Decline, da habe ich ein Buch vorgestellt und habe eigentlich gesagt, hey, man kann es hier in Deutschland immer noch ganz gut aushalten, wenn man einen möglichst kleinen Steuer-Footprint hat, wenn man möglichst wenig Steuern bezahlt. Aber jetzt hat sich so einiges verändert, dass ich sage, hey, ich muss dann doch mal zu dem Wind, der weht, der mir so nicht gefällt, halt einfach mal die Segel setzen und mal schauen, wo es mich so hinführt. Also erstmal vorweg, mit dem Kanal wird es ja natürlich weitergehen, auch wenn ich nicht mehr in Deutschland bin, dann kann ich natürlich auch weiter Videos machen, dann muss ich einfach mal schauen, wie es da so weitergeht, dazu aber später nochmal mehr. Und zwar, ich möchte jetzt einfach mal dieses Video ein bisschen dreiteilen. Also zuerst möchte ich auf das politische Klima drauf eingehen, dann auf den Wohnungsmarkt und dann das, was mich so als Großstadtsingel betrifft, auch den Datingmarkt und zum Schluss halt einfach alles mal ein bisschen zusammenfassen. Also zuerst das politische Klima. Also ihr wisst ja, dass ich in letzter Zeit hier sehr viel über den Klimawandel gesprochen habe und da jetzt auch schon viermal bei Fridays for Future war. Also, ja, da habt ihr ja vielleicht auch so meine Moderation, meine danach, nachdem die ganzen Interviews geführt worden sind, habt ihr ja meine Kommentare mitbekommen. Da habe ich auch so öfter gesagt, hey, wenn man das so eigentlich erlebt, was da für Massen auf der Straße sind, wie ideologisch da die Leute getrieben sind, dann kann man das eigentlich nur dazu bringen, dass man sagt, hey, das kann ja eigentlich alles gar nicht gut gehen. Wenn man so sieht, dass da halt auch so ganz viele Ideologien zusammenkommen, dass da halt einfach, ja, auf die ganzen Ideologien gehe ich gleich mal drauf ein, was da halt alles bei diesem Klima-Demo halt einfach so zusammenkommt und wie das dann eigentlich alles nochmal so richtig an Schlagkraft gewinnt. Also, wir sehen halt einfach, ja, Fridays for Future treibt da die Politik mit seinen Forderungen vor sich her. Ja, natürlich, die Medien sind alle linksgrün, die jo loben Greta natürlich in den Himmel. Sie schreiben Greta in den Himmel. Greta, wer sie beleidigt, der wird an eine Pranger gestellt. Das haben wir ja auch jetzt mit Dieter Nuhr gesehen, wo angeblich, habe ich gelesen, dass auch jetzt seine letzten Kommentare total aus dem Zusammenhang gerissen worden sind. Und, ja, und wir sehen bei Fridays for Future nicht nur das Klimathema, sondern es ist auch Multikulti. Da haben wir ja auch bei Fridays for Future gesehen, ja, wie da von der Seenotrettung gesprochen wird mit Carola-Rakete. Da sind dann die Klimaflüchtlinge, die angeblich hierher kommen müssen, weil wir, der böse Westen, so viel CO2 in die Luft, in die Atmosphäre blasen. Und obwohl wir sehen, dass eigentlich die Integration misslungen ist bei vielen Menschen, die hier rübergekommen sind, auch ganz spannend war ja, dass die Leute, ja, erst hieß es, ja, das sind alle Flüchtlinge, wir müssen in Asyl gewähren. Und dann irgendwann ist diese ganze Diskussion, hat sich gedreht und hat gesagt, hey, wir haben doch Fachkräftemangel, wir können doch die Leute gut gebrauchen. Ja, und natürlich, man sieht, dass Integration, das jetzt, ich habe es mir hier mal rausgeschrieben, 47,2 Prozent der Arbeitslosen haben einen Migrationshintergrund. Vor fünf Jahren waren es erst 36,4 Prozent. Die Kriminalität, bei der Kriminalität sind im Gefängnis Moabit, ist der Anteil ausländischer Strafgefangener ebenfalls nur in fünf Jahren von 55,2 auf 69,5 Prozent gestiegen. Wir sehen also, Kriminalität geht durch die Decke, immer mehr Einzelfälle, die wir sehen. Wir hören auch immer öfter von Männern, die für ISIS gekämpft haben, die hier nach Deutschland zurückkommen, dann unter uns leben. Ja, insofern, ich denke mal, was wir da jetzt gerade auch in Schweden sehen, man liest es ja immer öfter, also hier nochmal ganz kurz in diesem Video, mache ich mir mal nicht die Mühe und werde die ganzen Artikel einblenden. Wenn ihr das einfach nochmal nachschauen wollt, was ich so sage, geht am besten so in meine Telegram-Gruppe, die solltet ihr sowieso einfach mal folgen, weil Telegram ist zensurfrei, da poste ich immer ganz viele Artikel, auch kommentiere das. Da hat er, wenn ihr jetzt sagt, so von wegen auch mit, wenn ich jetzt hier zum Beispiel Schweden als Beispiel nenne, da einfach nach Schweden suchen, da kriegt er ein paar Artikel angezeigt, die ich zu Schweden gepostet habe. In Schweden sehen wir das jetzt, dass öfter, immer öfter, da No-Go-Errors entstehen, dass sich Polizisten in gewisse Bezirke nicht mehr reintrauen, dass da dauernd Bomben hochgehen, dass es da Schießereien auf einer Straße gibt und so weiter. Halt einfach Sachen, die wir in, ja, die in westlichen Ländern bisher eigentlich, ja, ganz, ganz selten waren, da aber immer mehr, ja, immer mehr zum Alltag gehören. Natürlich ist es so, dass diese Menschen, die hier rüberkommen, natürlich auch ihre Spannung aus dem Heimlandland hier mit rüberbringen. Ich meine, wenn wir sehen, alleine Kurdistan, Kurdistan ist ja auch sozusagen, das sind die Kurden, die auf vier verschiedenen Ländern leben, die eigentlich schon seit Jahren, ja, ihr eigenes Land haben wollen, ihr Kurdistan haben wollen. Ja, und diese Spannung, wir haben ja auch vor kurzem gesehen, dass Erdogan, also die Türkei, Kurdistan angegriffen hat, also Nordsyrien, da sind die Türken auf die Kurden drauf losgegangen. Und natürlich hat es da in Deutschland auch dann viele Proteste von den Kurden gegeben, wo dann halt auch die Kurden mit den Türken zusammengestoßen sind. Wir sehen das hier in Hamburg immer öfter, dass Kurden und Türken hier am Hauptbahnhof am Steindamm aufeinander losgehen und dann wirklich auch mit Eisenstangen wild aufeinander einprügeln. Und es steht auch oft einfach gar nicht in der Zeitung. Also eine Bekannte hat mir mal erzählt, die saß hier am Jungfernsteg am Alex, da ist so eine Demo vorbeigegangen, offenbar waren das, also offenbar waren das, Kurden waren das. Und ja, auf einmal sind da irgendwie Rauchgranaten hochgegangen und die sind halt alle irgendwie, hat sich die Demonstration sozusagen aufgelöst. Die sind dann auch im Alster-Alex da reingelaufen, da wurden dann auch Rauchgranaten oder irgendwas geworfen und alle sind rausgestürmt. Da hat natürlich keiner was von den Medien gelesen, weil solche Themen werden natürlich gerne runtergedrückt. Man möchte natürlich den, oder werden einfach unterdrückt, man möchte halt einfach den Leuten den Schein bewahren, dass man die ganze Migration alles im Griff hat und dass es keine Probleme gibt, weil Refugee Welcome, die sind natürlich alle genauso wie wir. Nein, es ist auch gut, dass Kulturen unterschiedlich sind, aber natürlich, wenn zu viel zu schnell ist, führt das natürlich zu Problemen. Das haben wir auch gesehen, angeblich soll ja auch ein Chemnitz, soll da eine Hetzjagd stattgefunden haben. Ich habe da ein ganzes Video zu gemacht. Schaut doch mal rein, wenn ihr es nicht kennt, wo halt wirklich von der Bundesregierung und dem Sprecher der Bundesregierung wirklich Fake News allererster Sahne da verbreitet worden sind. Und Hetzjagden hat es tatsächlich gegeben, als in Mannheim Kurden Jagd auf Polizisten gemacht haben, tippt das auch einfach mal bei Google ein oder bei mir in der Telegram-Gruppe, da findet ihr eine Meldung zu. Oder, ich meine, Deutschland, kurz zusammengefasst, Chemnitz waren dann angeblich Hetzjagden, wo halt einfach wirklich hinter drei, vier Jungs, die ein bisschen umgepöbelt haben, die auf die Demonstranten, die provoziert haben, die sind wirklich ein paar Meter hinterher gelaufen. Daraus wurde eine Hetzjagd gemacht, aber zur gleichen Zeit war in Amberg, ich glaube, das ist irgendwo in Süddeutschland, haben wirklich Migranten, junge Migranten, haben wirklich, sind durch die Stadt marodiert, haben einfach wahllos einfach irgendwelche Menschen gejagt, die haben tatsächlich Hetzjagden der Veranstalter, da war das in der Presse dann einfach nur eine Prügeltour. Also, wir sehen halt einfach, sobald rechts irgendwas macht, dann ist das der Kampf gegen rechts und wir müssen hier noch mehr Geld für den Kampf gegen rechts haben, aber sobald unsere Goldstücke was machen, dann wird das natürlich alles runtergespielt. So, wie das kompatibel ist mit den Forderungen, da werde ich gleich nochmal drauf eingehen, also überhaupt nichts gegen Migration, nur in gewissen Grenzen und natürlich halt auch, wenn man Leute, die straffällig geworden sind, nicht konsequent abschiebt. Ja, was sagt das diesen Leuten? Ich kann natürlich auch vollkommen verstehen, dass diese Männer, die hier rüberkommen, kriminell werden und einfach merken, ja, sie kriegen hier und da ein paar Sozialstunden aufgedrückt oder kommen dann mit irgendwelchen milden Urteilen daher. Ich kann natürlich verstehen, dass sie gar keinen Respekt vor dieser Kultur haben und wenn man natürlich aus einer stolzen Kultur kommt, die stolzen Türken, die stolzen Kurden und wenn den Deutschen einmal nur eingehämmert worden ist, ja, ihr seid hier die Nachfolger von irgendwelchen Monstern, dann natürlich will man sich nicht mit dieser Kultur, natürlich will man sich da nicht integrieren, natürlich will man, hält man dann lieber an seiner starken Kultur fest, an seiner Kultur, mit der man sich viel besser identifizieren kann. Ja, also auch alle Themen, die ich anspreche, da kann man natürlich noch viel, viel länger drüber sprechen, aber, ja, wir wollen da nicht ganz so tief reingehen. Ja, und wir sehen halt einfach, dass Kritik am Islam oder an Migration, da wird man direkt immer gleich als Nazi, als Rechts- oder als Islamophob abgestempelt. Wir sehen einfach Islamkritiker wie Hamid Abdel Samad oder Imad Karin, die stehen alle unter Polizeischutz, die können keine Veranstaltung abhalten, ohne dass da, ja, ein Antifa-Horden draußen vor der Tür stehen. Der Kampf gegen Rechts, der, ja, der wird auch immer wahnsinniger, also ein gutes Beispiel war auch jetzt, wo der Chef, ich glaube, das war von der hessischen Filmförderung, der hat Meuthen getroffen, hat dann, Meuthen hat ein Foto bei Instagram gepostet oder bei Twitter und dann haben auf einmal die ganzen Filmschaffenden, die ganzen Kulturschaffenden, die haben dann auf einmal gesagt, ja, wir boykottieren die Filmförderung, wir möchten mit der nicht mehr zusammenarbeiten und man muss mal überlegen, es sind Leute, deren Filme, deren Projekte niemand sehen will, außer dass per Zwang Steuergelder dafür verwendet werden und die sagen, nein, wir möchten da kein Geld mehr haben, weil diese Person von der Filmförderung Meuthen mal zu Mittag getroffen hat, wo ich sage, was ist das für ein Wahnsinn, ich meine, nur weil da Meuthen trifft, heißt das nicht, dass er mit dem einer Meinung ist, ich meine, ich würde mich auch gerne mit Ricarda Lang oder Richard David Precht einfach mal zum Mittag treffen, einfach mal zusammensetzen, einfach mal miteinander reden und auch mit Antifa-Leuten, ich habe ja auch gesagt, bei Fridays for Future habe ich Leute getroffen, die sich als Antifa bezeichnen, ich hatte gar kein Problem, mit dem ein Bier trinken zu gehen oder Mittag nicht hinzusetzen, aber sobald das Leute machen, die irgendwie was zu sagen haben, sobald die es mit den bösen Rechten machen, ja, wird da ein Riesenausstand drum gemacht, haben wir gesagt, man muss sich mal verdeutlichen, die kriegen Geld von dieser Filmförderung und sagen, nein, wir wollen dieses Geld nicht mehr haben, wir wollen nicht mehr mit den Zusammenarbeiten, wenn der sich nicht von den Nazis distanziert. Das ist echt wahnsinnig hoch 10, oder was ich jetzt vor kurzem gepostet habe, es gibt von Einhorn, das ist so eine Kondommarke, die haben auch Tampons im Angebot, da steht dann drauf, Nazis raus, Tampon rein, also, ja, ich meine, da können wir natürlich jetzt noch zig weitere Beispiele nennen mit dem Kampf gegen Rechts, wie wahnsinnig das immer wird, auf jeden Fall, wo soll das alles hinführen? Ich meine, wir sehen, dass die Meinungsfreiheit und die Sammlungsfreiheit immer mehr eingeschränkt wird, wir haben ja an der Uni Hamburg gesehen, der Lucke, wo man versucht hat, seine Veranstaltung zu verhindern, ja, und ich meine, Lucke hat zwar die AfD gegründet, aber der hat sich ganz klar in dem völkischen Flügel positioniert, ist auch deswegen dann ausgetreten, distanziert sich ganz klar dagegen, und was wollen die Leute noch mehr? Ich meine, das geht jetzt sogar so weit, dass es nicht nur die, den AfD-Gründer betroffen hat, sondern wir haben es jetzt auch beim CDU, ehemaligen Bundesminister Thomas de Masier gesehen, Thomas de Masier, der wollte in Göttingen sein Buch vorstellen, da gab es dann auch Proteste von der linken Seite, oder auch Christian Lindner, der durfte zum Beispiel hier gar nicht an der Uni Hamburg seine Veranstaltung abhalten, oder jetzt ganz aktuell, habe ich auch bei mir bei Telegram oder bei Facebook gepostet, Alice Schwarzer, so die Vorzeige-Linke überhaupt, die Alt-Feministin überhaupt, die sich seit Jahrzehnten für Feminismus einsetzt, die eine stramme Linke ist, die hat jetzt, weil sie Hut ab vorliest, die hat halt einfach sich kritisch zum Islam geäußert, und deswegen hat sie jetzt auch eine Veranstaltung, wo war das, müsste ich nochmal nachschauen, auf jeden Fall bei einer Veranstaltung, hat sie jetzt auch Proteste gegen sich gehabt, da gab es dann auch Antifa-Idioten, die einfach probiert haben, ihre Redefreiheit einzuschränken, sie haben versucht, diese Veranstaltung zu verhindern, und ich meine, wo soll das dann hinführen, wenn jede Veranstaltung, egal was er zu sagen hat, niedergebrüllt wird, ja, versucht wird zu verhindern, wie soll Voltaire so schön gesagt haben, ich mag verachten, was du sagst, weil ich werde mein Leben dafür einsetzen, dass du es sagen darfst, oder Rosa Luxemburg, die hat auch gesagt, Freiheit ist die Freiheit der Andersdenkenden, insofern, aber diese Grundsätze sterben immer mehr aus, und ich meine, wer sich mit totalitären Gesellschaften auseinandergesetzt hat, wenn man das Schwarzbuch des Kommunismus gelesen hat, der sieht, dass jede totalitäre Regierung, jedes totalitäre Regime, hat die Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit angeschränkt, das sehen wir in Deutschland immer mehr, und da frage ich mich, wo soll das noch hinführen, Ja, und wir sehen natürlich auch, dass all diese Ideologien, die da propagiert sind, auch sich teilweise sogar sehr widersprechen, ich meine, wenn man natürlich einerseits sagt, ja, Refugee welcome, alle sind willkommen, aber dann andererseits den Gender Mainstream durchdrückt, und sagen, wir sind alle bunt, wir sind doch alle so tolerant, natürlich sieht man, dass Menschen, die aus anderer Kultur kommen, die haben natürlich konservative Rollenbilder, die würden natürlich viele von denen, oder nein, viele von denen nicht unbedingt, aber auf jeden Fall, einige von denen würden am liebsten Homosexuelle von Hochhäusern schmeißen, wir sehen es immer öfter, auch am Berliner Alexanderplatz, das Transsexuelle von Menschen mit muslimischem Hintergrund, oder nicht mit muslimischem Hintergrund, sondern von Muslimen, von jungen Muslimen, körperlich angegangen werden, und da frage ich mich, wie passt das zusammen, auf der einen Seite Gender Mainstream, wir sind alle bunt, und dann auf der anderen Seite Refugee welcome, natürlich führt das zu Problemen, so, wir sehen es auch jetzt in England, wo Muslime ihre Kinder von der Schule genommen haben, weil da im Sexualkundenunterricht, dann den Jungs gesagt wurde, hey, vielleicht ist euer bester Freund ja auch, nicht euer bester Freund, vielleicht seid ihr auch homosexuell, schaut euch das mal genauer an, und wenn du als Junge vielleicht wie ein Mädchen sein willst, kannst du dir gerne Frauenkleider anziehen, natürlich finden das diese Leute nicht gut, und insofern sympathisiere ich natürlich auch in vielen Punkten, was vor allem die klassischen Rollenbilder angeht, mit dem Islam, mit dem fremden Kulturen. Ja, andererseits ist auch, wie will man hier die Autos aus der Innenstadt, bekommen, wie will man halt alle dazu bewegen, auf Elektroautos umzusteigen, hier Nachhaltigkeit durchzupreschen, wenn so die stolzen Türken, die stolzen Kurden, wenn sie einfach, ja, lange dafür gearbeitet haben, gut bürgerliches Leben zu führen, ihren Mercedes fahren, damit durch die Stadt fahren und Posen zeigen, was sie haben, okay, natürlich, klar, haben die auch oft halt einfach mit den Brüdern zusammengeschmissen, aber es sollte gegönnt sein, deswegen, ich glaube, die werden sich bestimmt ihr Mercedes oder ihr dickes Auto nicht wegnehmen lassen, die werden sich bestimmt nicht verbieten lassen, da ihre Autos zu fahren, da ist natürlich, der deutsche Michel ist natürlich autoritätsführig ohne Ende, aber, mit diesen Jungs, da wird das nicht so einfach sein, wo ich sage, gut so. Ja, wer da mal ein Video Antifa greift an, von Fridays for Future gesehen hat, der hat auch gesehen, dass sie da, das mit der Seenotrettung ansprechen, habe ich auch gerade schon mal angesprochen, also da kommt man da mit Klimaflüchtlingen, wegen dem Klimawandel müssen wir ja die Leute aufnehmen, weil wir sind ja mit unserem bösen CO2 schuld, dass dann die Wüsten immer größer werden, dass die da nicht mehr überleben können, Carola, Rakete, die macht natürlich was ganz Tolles, so von wegen, wie heißt es immer so schön, Seenotrettung ist kein Verbrechen, ja, aber natürlich, wenn man die vor der Küste abholt und dann nach Europa bringt, vor der libyschen Küste abholt und dann nach Europa bringt, natürlich werden sich immer mehr Leute auf den Weg machen und werden dann mehr oder weniger auch, ja, werden im Mittelmeer untergehen, wenn dann gerade keine Carola-Rakete mit ihrem, mit ihrem Schifter ist, was übrigens alles andere als CO2-neutral ist. Also, ja, das ist nichts anderes als Schlepperei, was man damit macht, das ist keine Seenotrettung, Seenotrettung wäre nämlich, wenn man die retten würde oder nach Hause bringen würde und sagen würde, hey, kommt man ja nicht alle rüber, also klar, man sagt natürlich, ja, es gibt keinen Pull-Effekt, aber natürlich gibt es den. Ja, auch wieder so ein Thema, wo man länger drüber reden kann, ja, und bei diesem Antifa greift an, bei diesem Fridays for Future Videos hat man dann auf der Bühne die Antifa-Flagge geschwenkt, hunderte von jungen Leuten haben da mitgehüpft, haben mitgesungen, ohne dass sie wahrscheinlich wissen, was die Antifa ist, das ist eine dezentrale Organisation ist, die sogar vom Verfassungsschutz beobachtet wird, die nicht vor Gewalt zurückstecken, wir, ja, BKA hat ja davor gewarnt, dass Fridays for Future von Linksextremen unterwandert wird, wir sehen auch mal mehr, dass es Anschläge auf Autohäuser gibt, wo dann Luxusautos in Flammen stehen, jetzt hat auch, ich glaube, das war der Verfassungsschutz davor gewarnt, dass, ja, Linksradikale immer mehr, Autos zerkratzen, Autos anzünden, Scheiben einschlagen und so weiter, das sind dann natürlich vor allem SUVs, PS-starke Autos, und wir haben jetzt auch in, wo war es, ich glaube, in Leipzig, wo da die Antifa bei einer Frau, die für eine Wohnungsbaugenossenschaft arbeitet, da hat man zu Hause eingebrochen und hat sie halt, ja, ich weiß gar nicht, was genau passiert, das auf jeden Fall hat man sie verprügelt, hat ihr halt körperlich, wie soll man sagen, körperliche Gewalt angetan und da hat auch wieder der Verfassungsschutzgesatz, gesagt oder Polizeipräsident, ich weiß gar nicht, wie das war, wir haben die gesagt, dass es da zu politischen Morden kommen wird, bis dahin ist es nicht lang hin, insofern, das Problem ist ja immer für Deutschland, so von wegen, Kampf gegen Rechts, wir müssen Geld, immer mehr Geld dafür, Kampf gegen Rechts haben, aber der Linksextremismus, der immer, immer schlimmer wird, davor verschießt man natürlich die Augen, weil Nazis sind ja böse und sind überall und links ist natürlich gut, so, ich meine, wenn sie sagen, Nazis sind überall, stecken unter uns, ich meine, wenn man, egal in welche Stadt man geht, in die Szeneviertel, in den Bars hängt alles voller Antifa-Area, voller Aufklärung mit Antifa-Area oder EB jagen oder Nazis boxen, so, ich meine, wenn die Rechten noch überwähren, dann würde man da doch vielleicht auch, keine Ahnung, so Grenzen sichern sehen, das ist ja auch schon rechts, was eigentlich jedes andere Land macht, jedes andere Land außer Deutschland, schaut sich ja die Leute ganz genau an, die reinkommen, aber Deutschland lässt natürlich jeden rein. Dann haben wir das Thema Feminismus, habe ich ja auch ein langes Video dazu gemacht, war eigentlich so mein aufwendigstes Video, wo ich so Thema Feminismus, Gender Mainstream einfach mal so einen Rundumschlag gemacht habe, wer das nicht kennt, unbedingt mal reinschauen, da gibt es ja auch bei der Öko-Bewegung, gibt es den Öko-Feminismus, da hat ja Ricarda Lang auch drüber gesprochen, ich habe sie vergessen zu fragen, was es ist, keine Ahnung, was das auch genau ist, wahrscheinlich, ja ich glaube, dass sowas ja hat, die Frauen, die leiden natürlich am meisten unter der Klimakrise, und man kommt dann da immer mit der gendergerechten Sprache, wir haben in Hannover gesehen, wo man, wo die ganze Stadt alles umgestellt hat, auf gendergerechte Sprache, damit sich bloß keiner diskriminiert fühlt, wir sehen es, dass sie sich sogar in Grundschulen Gedanken um Unisextoiletten machen, weil es gibt ja auch ganz viele Transgender-Kinder, die sich dann als Kind überlegen, sich umoperieren zu lassen, und wahrscheinlich mit 2022 dann sagen, oh, war vielleicht doch eine falsche Idee, also da gibt es auch ein schönes Video von Russia Today, I want my sex back, auch mal reinschauen, oder ich habe auch mit, mit Conny habe ich da auch ein schönes Video gemacht, sie ist selbst ein Twitter, war ein sozusagen ein Gender-Versuchskaninchen, schaut da einfach mal rein in das Video, wir sehen halt auch in Deutschland immer mehr Lehrstühle, die diesen Gender-Wahnsinn vorantreiben, die sich immer mehr darum Gedanken machen, wer denn jetzt diskriminiert wird, wie wird diese Diskriminierung behandeln können, da kann man natürlich auch immer mehr Beispiele nennen, in diesem Video mit dem Feminismus-Gender-Mainstream, habe ich ganz viele genannt, die halt einfach, ja, wo man denkt, was haben die, das ist, ja, das sind so Wohlstandsprobleme, wo ich denke, ey, wir haben Probleme ohne Ende, und die machen sich darum Gedanken, ob jetzt das und das diskriminierend ist, oder nicht. Dann, was wir auch bei Fridays for Future gesehen haben, da habe ich ja die ältere Dame interviewt, die meinte, ja, mit der ganzen Klimakrise und mit der ganzen digitalen Revolution werden ja die Jobs immer mehr wegfallen, deswegen müssen wir das BGE haben, das ist ja auch das, was der Precht immer labert, also BGE ist absoluter Unsinn, auch mit der Digitalisierung absoluter Unsinn, ja, könnte ich jetzt auch nochmal ausführen, aber ich glaube, zum BGE habe ich gar kein Video gemacht, aber Gunnar Kaiser hat da zum Beispiel ein gutes Video dazu gemacht, schaut da auch mal unbedingt bei Gunnar Kaiser rein, wenn ihr den noch nicht kennt, einer meiner Lieblings-Youtuber, der immer schön, schön philosophiert und das auch schön reflektiert macht, auch alles aus libertärer Perspektive, und wir sehen auch, was wir bei Fridays for Future gesehen haben, die Pressefreiheit wird immer mehr eingeschränkt, mich hat man, oder mein Kameramann hat man angerempelt, die Antifa ist immer da unterwegs, man hat, wo war es, Fridays for Future in den Sommerferien, da waren dann Leute da, die sind uns immer hinterhergelaufen, haben darauf geachtet, dass wir bloß nicht die falschen Fragen stellen, wenn man euch das Video anschaut, hat da auch eine von den Ordnerinnen, einen, den ich gerade interviewt habe, aus dem Interview rausgezogen, also okay, da war es gerade fertig, aber das hat sie nicht so mitbekommen, auf jeden Fall, wir sehen halt, egal ob es in Hamburg ist, in Berlin, München, Sydney, egal welche Videos ich gerade sehe, zu Fridays for Future, überall gibt es diese Klima-Blockwarte, die darauf aufpassen, dass bloß nicht die falschen Bilder nach draußen kommen, dass bloß keine kritischen Fragen gestellt werden, und ich meine, schaut euch das an, wo wird schon kritisch über die ganze Bewegung berichtet, wo wird schon, so wie ich das gemacht habe, gezeigt, dass die Antifa da mitläuft, dass die Antifa da sogar ihre Flaggen auf der Bühne schwenkt, dass hunderte von Leuten mittanzen, der Verfassungsschutz sagt zwar, er warnt vor einer linksextremen Unterwanderung, aber kaum ein Journalist zeigt das, was ich zeige, und insofern, das sagt auch meiner Meinung nach sehr viel über den Zustand des Journalismus, über den Zustand der Medien in Deutschland aus. Ansonsten sehen wir, es gab jetzt auch einen Vorschlag, ich glaube, das war ein psychologisches Journal aus Bayern, wo gesagt worden ist, dass Klimaleugner, also Leute, die nicht alle Menschen gemachten Klimawandel glauben, psychologisch behandelt werden sollen, also auch das, was wir immer in allen totalitären Ländern gesehen haben, dass jeder, der nicht der Norm entspricht, der ist natürlich irgendwie krank und muss irgendwie umerzogen werden, dauert wahrscheinlich nicht mehr lange, bis wir die Umherziehungslage bekommen, die Energiewende auch absoluter Wahnsinn, ich meine, ja, man verwechselt natürlich immer gerne hier Klimaschutz mit Umweltschutz, wobei durch die Energiewende erstmal, ja, Natur zerstört wird ohne Ende, ich meine, wenn man sich das anschaut, für diese ganzen Windkraftanlagen, für diese ganzen Solarparks, werden Wälder ohne Ende gerodet, ist ja auch dieser Grimms-Märchenwald, ich glaube, in Hessen war das, einer der ältesten Wälder in Deutschland, der soll dafür gerodet werden, ja, Vögel werden, Vögel werden geschreddert, Insekten werden, da sterben dadurch, durch diese Windkraftanlagen, diese Solaranlagen, ja, Windkraftanlagen kann man nicht recyceln, Solaranlagen auch nicht, das heißt, wir haben da eine riesengroße Umweltverschmutzung, wo dann, ja, Kohle oder Atomkraft, würde natürlich die Umwelt viel, viel weniger zerstören, man hat auch einen viel, viel größeren Wirkungsgrad, dadurch, dass natürlich zum Kohlekraftwerk oder Atomkraftwerk, viel, viel mehr Haushalte mit Strom versorgt werden können, aber diese Rechnung wird natürlich überhaupt nicht aufgestellt, auch, das ist jetzt bei Atomkraft, natürlich, Atomkraft, da kommen natürlich alle, ah, wir haben hier Fukushima und, wie heißt es, Tschernobyl, da war, ich meine, in Fukushima, da gab es keine Leute wegen Radioaktivität, das war ein Tsunami, so, aber da, auch es wird, Gott weiß, wie unreflektiert alles dargestellt, es wird alles aus dem Zusammenhang gerissen, dass Atomkraft mittlerweile in der vierten Generation ist, dass man sogar mit den vorhandenen, wie heißt das, mit den Energien, mit den vorhandenen Brennstäben, die da sind, kann man ganz Deutschland 250 Jahre lang mit Strom beliefern, also das heißt, die Brennstäbe, die schon gebraucht worden sind, die jetzt in den Zwischenlagern sind, wenn man die nochmal wieder nehmen würde, dann könnte man mit der aktuellen Technologie, könnte man Deutschland 250 Jahre mit Strom versorgen, und das komplett CO2-frei, und das ohne ein großes Risiko, dass man irgendwie nachher groß Endlager haben muss, oder dass die Radioaktivität ja tausende lang strahlt, insofern, da wird aber natürlich gesagt, Atomkraft böse, regenerative Energien, weil natürlich regenerativ, hört sich natürlich toll an, auch schöner Neu-Sprech, ist natürlich alles super toll, also da kann man natürlich auch immer, kann man noch mehr darauf eingehen, auch die ganze Energiewende, dass natürlich Strom immer teurer wird, dass die Unternehmen dadurch abwandern, weil sie natürlich viel höhere Produktionskosten haben, nicht mehr wettbewerbsfähig sind, das wird natürlich alles unter den Tisch gekehrt, auch dass es immer mehr, dass wir immer eine größere Gefahr haben, dass Blackouts, großflächige Blackouts, zu Tage treten, das wird auch unter den Tisch gekehrt, da habe ich auch Ricarda Lang drauf angesprochen, ich glaube es gab im Juni oder Juli oder so, gab es sogar mal einen Tag, wo alle vier Netzbetreiber gesagt haben, dass die Netze in Deutschland kurz vorm kompletten Zusammenbruch waren, weil natürlich diese regenerativen Energien, wenn mal kein Wind weht, wenn keine Sonne scheint, wo kommt dann der Strom her? Natürlich absoluter Wahnsinn, wo halt einfach, ja, Deutschland industriell in die Steinzeit zurückversetzt werden soll. Das gleiche sehen wir mit den Elektroautos, Elektroautos, also hier in Hamburg sind ja diese DriveNow, diese BMW E5, macht Spaß auf jeden Fall, ist natürlich technisch ganz toll, man hat ja keine Verschleißsachen mehr, aber, dass man jetzt halt die Technik, die noch gar nicht ausgereift genug ist, in der Marktdrückenwelle ohne Ende, das ist natürlich absoluter Unsinn, weil es ist eine riesengroße Ressourcenverschwendung, diese Technik ist noch unglaublich teuer, ist noch gar nicht so massenmarktauglich, auch solche Probleme, wie, was ist, wenn wir Wintereinbruch haben, dann wird die Reichweite, die halbiert sich auf einmal, oder die bricht auf einmal total ein, was ist, wenn Elektroautos brennen, dann muss man die erstmal 72 Stunden lang ausbrennen lassen, weil diese ganzen Container, also muss man, wenn man so ein Elektroauto hat, muss man das Auto nehmen und so einen Container mit spezieller Löschflüssigkeit setzen, diese Container sind teuer, und davon gibt es in Deutschland ganz, ganz wenige, das wird natürlich alles gar nicht beachtet, auch mit Ladestationen, gab es ein Video von Lesch, was er, wo er mal so vorgerechnet hat, wie, wenn alle Elektroautos, oder alleine eine Million Elektroautos gleichzeitig laden, dass dann das Stromnetz in die Knie gezwungen wird, natürlich hat auch jemand kommentiert, das war von Lesch nicht ganz so reflektiert, war auch nicht ganz so schlau von mir, das dann so unkommentiert zu teilen, aber man sieht eigentlich jetzt schon, habe ich auch einen Artikel geteilt, dass jetzt schon, in Deutschland, Schweiz, Österreich und in Tschechien, diese Ladestationen, dass die, ja, dass die, dass die Leiste runtergefahren wird, damit das Netz nicht zusammenbricht, und wenn man jetzt noch mehr Elektroautos in den Markt reindrücken will, dann wird das natürlich noch zu größeren Problemen führen, es wird auch dazu führen, meinetwegen, dass dann irgendwann die Leute ihre Autos nicht mehr laden können, nicht fahren können, wann sie wollen, weil der Staat sagt, wir haben hier keine verlässliche Stromverfahren, und das kann natürlich auch dazu führen, die sogenannte Interventionsspirale, dass wenn, ja, wenn da nicht genug Strom da ist, dass es dann heißt, okay, du hast dir nichts gegen die Regierung gesagt, also Scoring-System, kommen wir gleich nochmal drauf, wenn wir dann ein Scoring-System haben, da heißt es, okay, du hast einen besonderen, tollen Scoring, oder du hast ein besonders tolles Scoring, du bist besonders parteikonform, oder hast vielleicht ein Parteibuch der SPD oder der Grünen, dann kannst du gerne dein Elektroauto laden, kannst auch fleißig durch die Gegend rumdüsen, weil wenn du mal ein bisschen Migration oder die Energiewende kritisiert hast, dann darfst du dein Auto nicht laden, und bist dann halt einfach nicht mobil, musst dann halt mit den Öffentlichen dich rumschlagen, die halt hier in Hamburg, also ich fahre nicht gerne Öffentliche, die sind eine absolute Katastrophe. So, und wir sehen halt einfach, dass dieser ganze Klimawahn im Kern antikapitalistisch ist, Gunnar Kaiser hat auch wieder ein schönes Video dazu gemacht, wie die Wurzeln dieser Öko-Bewegung aus dem Kommunismus rauskommen, er stellt das schöne Buch von Thorsten Mann vor, wie heißt es, Rote Lügen im grünen Gewand, Luisa Neubauer hat ja auch gesagt, wir brauchen eine Klimakulturrevolution, also Kulturrevolution, genau das, was wir in China gesehen haben, mit Mao, Mao alleine 30, 40 Millionen Tote, weiß natürlich kaum jemand, was da in China passiert ist, wo dieses Wort Kulturrevolution herkommt, da ist natürlich halt, man weiß natürlich, dass die Nazis ganz böse waren, aber die waren ja rechts, die hatten natürlich, das waren natürlich keine Nationalsozialisten, aber da kann man auch mal weiter ausführen, wie alle Themen, die ich hier anreiße, ich will das einfach nur mal kurz ansprechen und nicht so groß für Tiefen. Ja, jetzt hat auch Ursula von der Leyen gesagt, die neue EU-Kommissionspräsidentin, hat auch gesagt, sie möchte, was hat sie gesagt, 3 Billionen Euro, oder waren es 30 Billionen Euro, oder so, möchte sie in den Klimaschutz fließen lassen, auf jeden Fall, mehr als die Hälfte des EU-Haushaltes, das ist natürlich echt absoluter Wahnsinn, sondern man muss sich mal verdeutlichen, dass das wirklich hier, dass es nichts mit Wissenschaft zu tun hat, also da natürlich, wir sehen es bei dem ganzen Klimawandel, habe ich mir auch notiert hier, beschäftigt euch mal mit Climategate, so, bei Climategate sind damals E-Mails geleakt worden, von dieser Uni in Ostengland, die halt einer der Hauptunis ist, wo sich die ganzen Klimastudien drauf berufen, die haben wirklich untereinander, haben die geschrieben, hey, wir manipulieren die Daten, wir unterdrücken andere Meinungen, wir geben die Daten nicht öffentlich raus, diese E-Mails müssen gelöscht werden, und natürlich, es gab Climategate auch zwei Teile, es wurden dann, glaube ich, nachher, es war 2009 und 2011, wurden nochmal E-Mails geleakt, wenn man dann natürlich liest, Ramsdorf, die ganzen Medien, die natürlich auch alle links grün sind, für die war das natürlich riesengroß, stark ins Gesicht, die spielen das natürlich alles total runter, und sagen dann, ach ja, das eine kann man doch nicht falsch, oder das kann man ein bisschen aus dem Zusammenhang reißen, dass man dann sagt, wir haben hier mit einem Trick das und das gemacht, muss man den Kontext sehen, die spielen es natürlich alles runter, aber das ist ja wirklich ganz klar, auch, ja, renommierte Leute sagen, wie, wie heißt der, Nils Mörner, oder Leonard Bengtsson, Nils Mörner ist einer der, ja, wenn nicht sogar der, renommierteste, Ozeanologe der Welt, das ist ein Däne, der sagt, hey, man kann in der, in der, in den Klimawissenschaften keine Karriere mehr machen, wenn man nicht die offizielle Version, dass der Mensch am Klimawandel verantwortlich ist, vertritt, oder Leonard Bengtsson, der ja auch einer der bekanntesten Skeptiker ist, der hat selbst geschrieben, er hat nicht geglaubt, wie er von seinen eigenen Kollegen angegriffen wird, wenn er, als er sich da kritisch geäußert hat, so und ich meine, das, was wir bei Climategate gesehen haben, hören wir auch von allen anderen Leuten, insofern, ja, schaut euch das einfach mal an, habe ich jetzt auch noch mal ein paar Artikel zu gepostet, zu Climategate, die letzten Tage, lest euch das gerne mal durch, und dann schaut mal, was in den Mainstream-Medien drüber geschrieben wurde, also es wurde erstmal viel unter den Tisch gekehrt, und wenn, wurde da relativiert, wurde das klein geredet, weil wir müssen ja weiter, weiter an unseren Klimaglauben festhalten, also das ist halt einfach unglaublich ideologisch, wie das, wie das ganze Klimathema durchgedrückt wird, und ich glaube, wenn jetzt Ursula von der Leyen, von der Leyen, wirklich so viel Geld dafür ausgeben will, ist es absoluter Wahnsinn, also was das für die Freiheit der Menschen in Europa bedeuten wird, das können sich die meisten Leute noch gar nicht vorstellen, ähm, ja, dazu kommen wir jetzt auch, da kommen wir jetzt auch zu den Grünen, das verleiht natürlich den Grünen Auftrieb, die sind natürlich auch, ja, altkommunisten, da hat auch Habeck, hat bei Precht gesagt, dass er mit, mit dem chinesischen System sympathisiert, da kommen wir jetzt zu dem Social Scoring System, in China ist es so, wenn du der Partei nicht wohlgesonnen bist, wenn du mal was Böses gesagt hast, wenn du dich mal nicht konformgerecht verhalten hast, dann kriegst du da ein negatives oder ein schlechtes Scoring, da gibt es jetzt Millionen von Chinesen, die können keine Flüge mehr antreten, die können keine Langstreckenzüge mehr antreten, die kriegen keine Wohnung mehr, die werden sogar, so wie ich gelesen habe, werden die öffentlich angeprangert, dann gibt es öffentlich Displays mit den Bildern von den Menschen, die dann irgendwie ganz schlechtes Scoring haben, und ja, wie gesagt, wenn das mit dem Ökowahn so weitergeht, sehe ich das auch bei uns kommen, dann auch Umerziehungslager, gibt es auch in China, habe ich Ihnen auch einen Artikel zugeteilt, die nennen sich da Weiterbildungseinrichtung gegen Hass und Intoleranz, das haben wir auch immer mehr bei uns, wir müssen doch alle tolerant sein, und der böse Hass von rechts, also da wird es wahrscheinlich auch bald die Todeslager der Toleranz geben, da gab es ja auch bei South Park so eine schöne Folge, auch unbedingt anschauen, also South Park habe ich früher immer nicht so verstanden, die Witze, aber die sind hardcore libertär, und haben immer sehr kritisch alle Themen behandelt, auch mit Al Gore, mit dem Schweinemannbär, schaut da unbedingt mal rein. Wie ideologisch die Grünen sind, kann man auch an Ricarda Lang ganz schön sehen, die habe ich ja auch interviewt, damals war sie noch die Bundessprecherin der Grünen Jugend, die ist mittlerweile jetzt aufgestiegen, seit kurzem zur stellvertretenden Bundesvorsitzende und frauenpolitisch Sprecherin der Grünen, und also Ricarda, ja was soll man dazu sagen, schaut euch das Video an, und dann seht ihr, wie ideologisch diese Menschen sind, die immer mehr Macht gewinnen. Ja und hier in Hamburg, in Hamburg ist es ganz schlimm, also ich wohne hier in Ottensen, Bezirk Altona, da hat hier in meinem Bezirk, auch in Eins-Büttel-Eppendorf, in vielen Stadtteilen, haben die Grünen bei der Europawahl mehr als 40 Prozent bekommen, und die Leute wissen gar nicht, was die da wählen, natürlich hört sich das immer ganz toll an, wir machen was für Gerechtigkeit, und mehr Toleranz und Refugee Welcome, und wir machen was für den Klimaschutz, dabei ist das absoluter Unsinn, das Klima ist ein statistischer Wert der letzten 30 Jahre, du kannst vielleicht die Umwelt schützen, du musst Klima schützen, das ist absoluter Größenwahn, das ist Gottsspiel, nichts anderes. Hier in Eins-Büttel fangen sie jetzt an, halt schon diese Verkehrswende voranzutreiben, wer hier in Hamburg kennt, die Kieler Straße, eine Hauptverkehrsstraße, da wollen sie eine Spur auf beiden Seiten wegnehmen, wo jetzt sowieso schon immer Stau ist, ohne Ende, die wollen halt einfach, deren Ziel ist, die Autos aus der Stadt rauszubekommen, die fangen jetzt in Eins-Büttel halt an, verkehrsberuhigte Zonen einzurichten, 30er-Zonen, Einbahnstraßen, wollen die Autos aus der Stadt rausbekommen, dann sagen sie auch, ja, das haben sie gesagt, wir müssen Transporthubs einrichten, wo die Leute dann ihre Pakete abholen können, mit Lastenfahrrädern, und die Handwerker sollen ja auch zu ihren Kunden, mit einem Lastenfahrrad fahren, und das ist echt absoluter Wahnsinn, lustigerweise auch, als ich, man war es, ja, den Notar-Termin hatte, als ich schön mit meinem gut motorisierten Fahrzeug zum zum Notar gefahren bin, also ich fahre auch sehr gerne Auto, da auf dem Rückweg, ich hatte das gerade unterstreben, und dann auf dem Rückweg war da, die eine Hauptstraße war alles voller Plakate, mit Fridays for Future, und auf dem Weg zum Notar, und tatsächlich, es war so ein bisschen am Nieseln, es war so ein bisschen regnerisch, es war dann ein Tischler mit einem Lastenfahrrad, das ist dann halt bei uns Autos an der Ampel durchgefahren, und da dachte ich auch so, hey, erst mal das Fahrrad, wenn du es draußen vor der Tür stehen hast, hast du dein ganzes Werkzeug da, was schnell geklaut werden kann, ähm, ähm, und dann natürlich, klar, wenn es nass wird, wenn du da keine Plane drüber hast, klar, man kann natürlich eine Plane drüber machen, ist bestimmt auch nicht gut, für das Werkzeug, und, ähm, naja, absoluter Wahnsinn, was die mit ihrer Verkehrswende durchsetzen wollen, eigentlich müsste ich da auch nochmal ein Video zu machen, wie zentral planerisch hier der Verkehr geplant wird, wie, wie viele Baustellen da sind, wie auch in, ich glaube, das ist in Berlin, wo die wirklich sagen, wir planen die Baustellen so, dass die Autofahrer, äh, verärgert sind, dass die Autofahrer auf den öffentlichen Nahverkehr umsteigen, also ein Kumpel von mir, von mir, der sagt halt immer, das ist die Sozialschlange, ähm, wo man dann auch erstmal sieht, wenn man, wenn man vor allem auch tagsüber mal Bahn fährt, wie bunt Deutschland geworden ist, ähm, aber das ist nochmal ein anderes Thema, also, ähm, ja, hier in Altona, Stephanie von Berg, die wird auch Bezirksamtschefin, ähm, wenn ihr die kennt, die hat ja hier in der Hamburger Bürgerschaft, die bekannte Rede gehalten, ähm, sie hat so schön gesagt, ähm, dass wir keine ethnischen Mehrheiten mehr in Deutschland haben werden, und das ist auch gut so, hat sie gesagt, ähm, ich glaube, von der Frau wird auch viel zu erwarten sein, genauso wie von Ursula van der Leyen, Christine Lagarde, Stephanie Berg, also ich glaube, besser wird es mit diesen ideologisch getriebenen Frauen garantiert nicht, und das wird natürlich dazu führen, dass wir höhere Steuern haben werden, das muss natürlich alles bezahlt werden, es führt dazu, dass Deutschland immer weniger wirtschaftlich interessant ist, wir sehen es ja auch schon, vor allem bei den, bei der Großindustrie, bei den ganzen Autoherstellern, die bauen jetzt 100.000 von Jobs ab, ähm, dann haben wir natürlich auch noch, Geldthema ist natürlich auch, ähm, riesengroß, dass die Zinsen manipuliert werden ohne Ende, äh, dadurch gehen die Staatsschulden immer weiter nach oben, die Niedrigzinspolitik führt zu der sogenannten Asset Price Inflation, dass die Börsen immer mehr nach oben gehen, die Immobilienpreise steigen immer weiter, es fließt Geld in Sachen, die total kontraproduktiv sind, ähm, absolute Ressourcenverschwendung zu, ähm, die Schere zwischen Arm und Reich geht weiter auseinander, es führt zu künstlichen Aufschwimmen, und, ähm, ja, das Geldsystem ist eigentlich so, wie soll man sagen, das wichtigste Thema, ähm, das wichtigste Thema in einer Gesellschaft, wie hat, ich glaube, Henry Ford hat das Anfang des 20. Jahrhunderts gesagt, wenn die Leute unser Geldsystem verstehen würden, dann hätten wir noch eine Revolution vor morgen früh, ähm, auch wie das Geldsystem unsere Kultur verändert, da habe ich auch mal mit Rahim, ein, ähm, mit Rahim Tagisagidang ein Interview gemacht, ähm, wie es halt dazu führt, dass die Leute immer mehr im Hier und Jetzt leben, ähm, ja, schaut euch das an, mit der Nullzinspolitik, oder ich habe auch mit Andreas Markwart, über sein Buch zum Geldsystem auch ein Interview geführt, zum Geldsystem habe ich ganz viele Videos gemacht, Naja, und auf jeden Fall, ähm, da fragt man sich dann natürlich, die Steuern steigen immer weiter, wir sehen immer mehr, dass es immer mehr Menschen gibt, die auf Transferleistungen angewiesen sind, nicht nur die ganzen, äh, Flüchtlinge, die ganzen Menschen, die hier rüberkommen, die nicht in den Arbeitsmarkt integrierbar sind, man muss sich ja auch natürlich fragen, so von wegen, es heißt natürlich immer Fachkräftemangel ohne Ende, aber, äh, ja, ich meine, die Fachkräfte werden jetzt alle freigestellt, bei Audi, bei VW, äh, bei, bei BMW kriegen sie, werden sie weniger bezahlt und so, da sind auch genug Fachkräfte da, insofern, man sieht immer mehr, wie das System Risse bekommt, und da fragt man sich, wer soll diesen ganzen Wohlfahrtsstaat finanzieren, ähm, natürlich, gibt es irgendwann keine mehr, die sie, diesen ganzen, diese ganzen riesengroße Bürokratie bezahlen können, jeder, der, der da noch einigermaßen produktiv ist, der noch, ähm, ja, der noch, der noch einen Job hat, der wird natürlich auch irgendwann sagen, sorry, für den ganzen Wahnsinn, für den ganzen Wahnsinn werde ich nicht mal arbeiten, ähm, alle anderen leben hier, leben hier entspannt und können irgendwie morgens ausschlafen, und ich gehe hier buckeln ohne Ende und zahle hier teilweise bis zu 85 Prozent meines Bruttogehalts, da hört dann auch irgendwann der Spaß auf, also, wir sehen halt einfach, ähm, ja, dieses ganze Klimathema, da kommt alles zusammen, bekommt halt alles nochmal so richtig an Schlagkraft, und, ähm, ja, ich glaube halt einfach, da ist auf jeden Fall eine, eine totalitäre Richtung ist da vorgegeben, auf jeden Fall viel weniger Freiheit, und, ähm, ich sage halt immer, ja, irgendwann, meine Freiheit leitet immer mehr drum, also, drunter, wie gesagt, ich fahre gerne Auto, wenn man mir das Autofahren immer schwieriger machen will, dann, ähm, hört bei mir auch irgendwann bald auf, oder dann hört bei mir auch irgendwann, ja, die Schmerzgrenze, die ist dann auch irgendwann erreicht, oder ist jetzt erreicht, wo ich sage, okay, das mache ich dann irgendwann nicht mehr mit, und, drehe diesem Land dann lieber den Rücken zu. Ja, man muss auch einfach nur zu Fridays for Future gehen, mal mit den Leuten sprechen, wie ideologisch die da unterwegs sind, man kann denen noch, noch so gute Argumente liefern, ihr habt es bei dem einen gesehen, Fridays for Future versus Fakten, ich habe dann halt einfach, die kommen natürlich immer mit dem angeblichen Konsens, den es nicht gibt, ich habe dann halt einfach eine alte Quelle von, von Dreisat gezeigt, wo einer, ein Kommunikationswissenschaftler sagt, dass es tatsächlich gedrittelt ist, dass ein Drittel nur davon ausgeht, der Mensch ist dafür verantwortlich, ein Drittel sagt es nicht, und ein Drittel ist sich unschlüssig, du kannst dann noch so harte Informationen zeigen, und trotzdem halten sie an ihrem Weltbild fest, also, und da ist halt, wie gesagt, das Klimaglaube, hat nichts mehr mit, ja, hat nichts mehr mit einer fundierten Meinung zu tun, die man sich, nachdem man sich beide Seiten angeschaut hat, sich gebildet hat, ich meine, wenn man sich meine Videos anschaut, die meisten haben sich sehr einseitig informiert, haben sich nie mit den Kritikern auseinandergesetzt, und das natürlich halt auch, also, sich da heute Informationen zu besorgen, das wird immer schwieriger, ich meine, man sieht, man wird in der Schule indoktriniert, von linksversichteten Lehrern, in den Universitäten, den Medien, da kommt es die ganze Zeit, halt Greta, Greta ist toll, wir müssen was gegen den Klimawandel machen, ich meine, letztendlich ist es immer Klima, 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 und dann doch die bösen Nazis, bei mir war es ja halt auch so, ich meine, ich habe ja auch ein Video von der Lofana gemacht, wo ich damals halt auch mit dem ganzen Nachhaltigkeitsirrsinn indoktriniert wurde, auch noch damals geglaubt habe, dass das alles so ist, bis dann irgendwann mal der Club of Rome mit der Ein-Kind-Politik kam, und ich dann mal ein bisschen tiefer da eingestiegen bin, ja, es wird heute auch nicht einfacher, wenn dann mal das Weltbild Risse bekommen hat, dass man sich dann auf der Suche nach der Wahrheit machen kann, ich meine, man sieht halt einfach, ich meine, geht einfach mal bei YouTube rein, tippt mal Ricarda Lang ein, und schaut mal, wann mein Video da kommt, mein Video hat mit, ich glaube, 230.000 Klicks, mit Abstand am meisten Klicks, von den Videos mit Ricarda Lang, das, was an zweiter Stelle kommt, hat, glaube ich, irgendwie 80.000 Klicks, oder 100.000, aber, also was die Reihenfolge mit den Klicks angeht, aber wenn du eingibst, Ricarda Lang, wird meins erst an neunter Stelle angezeigt, und das ist dann das sogenannte Shadowbanning, wenn die Leute nach meinetwegen Klimaleugner suchen, dann kriegen sie natürlich erst mal die öffentlich-rechtlichen Medien angezeigt, die Medien, die alle voll auf Linie sind, und dann irgendwann an hinterster Stelle kommen dann vielleicht Sachen, die wirklich kritisch sind, und dann, wenn sie zum Beispiel was Kritisches zum Klimawandel lesen, oder zum Thema Islam, wird auch mittlerweile bei YouTube, mittlerweile von Wikipedia was eingewendet, dann steht da, die Mehrheit der Wissenschaftler sind, sich einig, oder dann gibt es natürlich halt auch diese Seiten wie klimafakten.de, die natürlich halt Propaganda ohne Ende machen, halt jeder, der irgendwas Kritisches gesagt hat, da gibt es einen Artikel für, wo dann irgendwie immer mit dem gleichen unreflektierten Unsinn kommt, da hat man natürlich schwer, wenn man dann schon merkt, da stimmt irgendwann nicht, irgendwas nicht, dann halt tatsächlich an gute Informationen zu kommen, also wir sehen, es wird immer schwieriger, an diese Informationen ranzukommen, sie werden zwar nicht ganz gelöscht, aber es wird nicht gerade einfacher. Da gab es ja auch einen Artikel, wo nur ein Autor über Wikipedia alles über die Klimaleugner geschrieben hat, da kann man sich natürlich auch fragen, wer das ist, wie da finanziert wird. Es werden ja natürlich alle Klimaleugner, werden natürlich nur von der Ölindustrie finanziert, dass die natürlich auch die Klima-Alarmisten finanzieren, ich meine, man muss sich nur mal anschauen, wer der Urheber dieses ganzen Klimawahns ist, die Rockefeller, kann man sogar nachweisen, dass sie den Club of Rome gegründet haben, einer der größten Ölindustrie, drehen, Soros hat da auch Milliarden investiert in den Klima-Alarmismus insofern, aber im Mainstream heißt es natürlich, alle Kritiker sind finanziert von der Öl-Lobby, sagt der Lesch, sagt das, Rezo sagt das, ja absolut unreflektiert und natürlich die Leute, die Leute springen drauf an, die glauben es und ja, versucht es mal mit euch, mit diesen Klima-Alarmisten zu unterhalten. So, jetzt haben wir natürlich viele, die meinen, ja, die AfD ist die Lösung, die AfD ist natürlich halt auch klar, sie hat natürlich, sind die einzigen, die einzige Partei, die was gegen Multikulti hat, die da sagen, hey, wir müssen aufpassen, wir müssen reinlassen, wir müssen mal die Leute vernünftig, wir müssen die straffähigen Leute abschieben, wir müssen uns an die Gesetze halten, die wir selbst gemacht haben, dann haben sie was gegen Gender-Mainstreaming, dann haben sie jetzt gegen Klimawandel, das ist auch ein nächstes großes Thema, aber da sehe ich natürlich halt auch, dass in der AfD, es gibt den völkischen Flügel, den liberalen Flügel Völke mit Höcke, wo sich natürlich alle drauf stürzen, soweit ich weiß, gibt es ja auch ein Parteiausschussverfahren gegen Höcke, aber sein Erfolg gibt ihnen natürlich recht, wenn man sich natürlich die AfD anschaut, wollen auch einen starken sozialen Staat, die wollen sozialen Wohnungsbau, die wollen die Wiedereinführung der Wahlpflicht, so steht es bei denen im Wahlprogramm, und ich denke auch mal, ja, dadurch, dass man hier eine Opposition hat, gibt man den Leuten das Gefühl, dass Politik immer noch eine Lösung ist, so beschäftigen sich immer damit, schauen sich die Talkshows an, wenn dann die Politiker diskutieren, dabei, ja, wenn man ein bisschen tiefer reinschaut, oder wenn man sich mit den ganzen Waren beschäftigt, dann erkennt man, dann sollte man erkennen, dass Politik nicht die Lösung ist, sondern das Problem, das Gleiche sehen wir auch bei Trump, Trump natürlich, klar, jetzt ist er auch bei, aus dem, aus dem Pariser Abkommen ausgestiegen, ja, natürlich, klar, sympathisiere ich mit Trump, sympathisiere ich mit der AfD, aber ich habe ja auch ein Video darüber gemacht, habe ich auch mit Homib und Miro am Block diskutiert, Stefan Blankert war dabei, wir haben argumentiert, dass, ja, dass wir die Partei nicht wählen würden, dass Wählen ein Gewaltverbrechen ist, und, ja, insofern die AfD ist auch keine Lösung, da habe ich jetzt auch diese Tage noch, Roger Beckkamp, habe ich da auch ein Video von ihm kommentiert, schaut mal rein bei Telegram, da hat er auch einen Vortrag über die Flüchtlingskrise, hat einen Vortrag über den Wohnungsmangel gehalten, der ist da wohl baupolitischer Sprecher in NRW, wo halt wieder, ja, ich meine, klar, er redet von Binnenmigration, dass das den Preisdruck erhöht, aber hauptsächlich sind nur, Migration ist schuldig, wir müssen irgendwie, und seine Lösung ist, wir müssen die Frauen im Ausland ein bisschen besser bilden, und dann kommt nicht je weniger rüber, wo ich sage, so viele Sachen ausgelassen dafür, dass er der baupolitische Sprecher ist, Niedrigzinspolitik ausgelassen, die höheren Baukosten ausgelassen, die Regulierung ohne Ende ausgelassen, insofern, also AfD, ja, also, ja, muss man immer ein bisschen differenzierter sehen, und es garantiert nicht die Lösung, für mich zumindest nicht. Ja, man könnte jetzt natürlich meinen, dass, mit der gesamten Klimaagenda, dass das natürlich nur ein paar Leute sind, und das wird ja alles nicht so schlimm, aber man muss halt einfach sehen, dass natürlich, es immer diese jungen, radikalen Leute waren, die die Politik vor sich hergetrieben haben, ich meine, wir sehen halt einfach die ganze 68er-Generation, der Marsch durch die Generation ist, oder der Marsch durch die Institution ist den gelungen, wir sehen halt überall Alt-68er, und natürlich sind das die Minderheiten, die halt natürlich, ja, jetzt diese grüne Agenda durchdrücken, und die Opposition wird, ja, diffamiert, wird an die Wand gestellt, noch metaphorisch gesehen, aber wer weiß, wann es tatsächlich, vielleicht gibt es ja bald, Weiterbildungseinrichtungen für Klimawandelleugner, wie gesagt, es war ein offizieller Vorschlag, dass sie psychologisch behandelt werden sollen, ja, aber ich denke mal, also das Pendel geht jetzt ganz weit nach links, aber die Leute müssen halt erstmal ihre Erfahrung machen, mit dem, mit der linken Politik, mit den roten Lügen im grünen Gewand, und dann wird auch das Pendel ganz schnell, hoffentlich wieder nach, in die andere Richtung gehen, dass dann wieder ein bisschen mehr Freiheit zugelassen, ein bisschen mehr Liberalismus, man sieht ja auch, dass liberal, libertäre YouTuber immer größer werden, dass diese Nachrichten, die ich und andere YouTuber auch, ja, in die Welt herausbringen, immer mehr auf fruchtbaren Boden kommen, und insofern mal schauen, wie sich das wandelt. So, wollen wir jetzt mal zum Wohnungsmarkt kommen, und zwar, wir sehen ja, dass in den Großstädten immer mehr Wohnungsknappheit herrscht, für die Politiker ist klar, der Markt hat da versagt, wir müssen immer mehr eingreifen, wir müssen sozialen Wohnungsbau betreiben, der Grundtenor ist natürlich, die bösen Mieter machen Profit, und Profit ist da sowieso ganz böse, da habe ich auch ein ganzes Video zu gemacht, und vor allem über Profit, oder Profit mit lebensnotwendigen Sachen, ist natürlich auch ganz, ganz böse. So, natürlich, also wie gesagt, mit dem Video zum Profit, Profit, Sarah Wagenknecht und der böse Profit, heißt das Video, schaut da mal rein, wenn ihr es noch nicht kennt, Profit wird natürlich auch mit Nahrungsmitteln gemacht, und wir sehen, wenn wir in den Supermarkt gehen, da ist noch ein relativ unregulierter Markt, da haben wir alle möglichen Nahrungsmittel, zu günstigen, guten Preisen, die Regale sind voll, aber jetzt im Wohnungsmarkt, wird natürlich auch mehr eingegriffen, da kommt es zu Schlangen ohne Ende, ich habe jetzt ein Video geteilt, wo in Berlin, bei so einer Wohnungsbesichtigung, eine 0815 Besichtigung, irgendwie hunderte, tausende von Leuten da waren, und das hat natürlich alles nichts mehr, mit dem freien Markt zu tun. Wie kommt es dazu, dass der Wohnraum immer teurer wird, ich habe es ja gerade schon mal ganz kurz angesprochen, jetzt mal ein bisschen detaillierter, das hat natürlich einerseits mit der Geldpolitik zu tun, dadurch, dass die Zinsen zentral, zentralplanerisch durch die EZB immer weiter nach unten gedrückt werden, können sich natürlich immer mehr Leute die Wohnung leisten, das heißt, wir haben eine höhere Nachfrage, es steigt, führt zu höheren Preisen, und das ist dann die sogenannte Asset Price Inflation, von der Ludwig von Mises immer geschrieben hat, und das führt natürlich dazu, wenn die Kaufpreise immer weiter steigen, aber wenn wir dann auf der anderen Seite Regulierung ohne Ende haben, mit der Mietpreisbremse, und jetzt auch mit dem Mietendeckel, der in Berlin eingeführt werden soll, ist natürlich, dass die Kaufpreise sich von den Mieten entkoppeln, die Rendite immer weiter sinkt, und natürlich in Hamburg habe ich es mal 2016, als ich da meine Wohnung verkaufte, habe ich es mal ausgerechnet, da macht man im Durchschnitt eine Netto, eine Netto-Rendite, eine Quatsch, eine Brutto-Rendite von 2,5 Prozent, das ist unterm Strich, ist das vielleicht 1, 1,5 Prozent, das heißt, man hat sogar kaum einen Inflationsausgleich, hat da riesengroße Risiken, dass man Mietnummern hat, dass man, oder ein Mietnummern haben kann, dass man irgendwelche Sanierungen machen muss, dass der Staat dir vorschreibt mit der Energiewende, dass du nochmal die und die Heizung nachbauen musst, dass du mehr dämmen musst und so weiter, das heißt, natürlich ziehen sich immer mehr Investoren da zurück, aber dazu gleich nochmal mehr. Wir haben dann halt auch, durch die Energiewende haben wir gestiegene Baukosten, da gibt es ja auch einen Artikel, wo da die Bauvereine oder die Vermietervereine gesagt haben, dass innerhalb von zehn Jahren, ich glaube von 2000 bis 2010, die Baukosten um 40 Prozent gestiegen sind, vor allem durch die Energiewende und durch immer mehr Bürokratie. Wir haben immer strenge Regulierungen durch die Mietpreisbremse, Mietpreisbremse, das heißt ja, die Mieten dürfen nicht mehr als das und das steigen, keine Ahnung, was das jetzt genau ist, aber da natürlich, man greift dadurch in die Regulierung des freien Marktes ein, dann haben wir immer strenge Regulierungen, man greift dadurch in die freie Marktpreisbildung ein, man hat natürlich, man dachte, durch die Mietpreisbremse werden dann die Mieten weniger stark steigen, natürlich war das Gegenteil der Fall, die Leute finden halt immer Umwege, die Menschen finden halt immer selbst die besten Lösungen und das führt jetzt dazu, dass man in Berlin jetzt nächstes Jahr einen Mietpreisdeckel einführen will, ich habe da nicht ganz so genau reingeschaut, auf jeden Fall, es wird wahrscheinlich so sein, dass wenn du dann zum Beispiel eine Wohnung hast, die 16 Euro pro Quadratmeter kostet, dann darfst du dir nur noch für 10 oder 12 Euro pro Quadratmeter vermieten, also natürlich wird es dann irgendwelche Ausnahmeregelungen geben, da kann man dann einen Antrag machen, aber Fakt ist halt einfach, dass immer mehr Mieter, immer mehr Vermieter, kaum mehr Gewinn mit ihren Immobilien machen, das heißt, die werden sich aus dem Markt zurückziehen, es geht jetzt sogar so weit in Berlin, dass sie sagen, hey, wir wollen deutsche Wohnungen, die großen Wohnungsbaugesellschaften, wollen wir verstaatlichen, die machen ja so viel bösen Profit, sozialer Wohnungsbau wird immer weiter ausgebaut, das verzerrte Markt, könnte ich jetzt nochmal weiter darauf eingehen, aber wir wollen es jetzt hier nicht ganz so ausarten lassen und natürlich, was Roger Beckkamp gesagt hat, dass natürlich die Migration, wir haben natürlich eher einen schon angespannten Wohnungsmarkt, wo dann natürlich noch die Migration dazu kommt, wo, was sind das, zwei, drei Millionen Menschen, die natürlich auch viel in Großstädte gehen, müssen natürlich noch irgendwo wohnen, das erhöht natürlich, die Nachfrage steigt weiter, das Angebot geht weiter runter und normalerweise, hätten wir einen freien Markt, dann würden halt einfach, die Preise würden steigen und die höheren Preise würden den Marktteilnehmern signalisieren, okay, es muss mehr gebaut werden, es würde mehr gebaut werden, es würde halt einfach, oder die Leute würden sagen, hey, wenn wir zentral wohnen wollen, da müssen wir WGs gründen, es gibt auch viele Menschen, die halt verheiratet sind oder zusammen sind, in getrennten Wohnungen wohnen, wo dann die Leute durch den Markt das Signal bekommen, durch die unsichtbare Hand, wie Aaron Smith gesagt hat, die dann das Signal bekommen, okay, hey, vielleicht wohnt ihr besser mal zusammen, vielleicht wohnt ihr auf weniger Raum, vielleicht zieht ihr außerhalb und es würde sich halt alles von alleine regulieren, aber dadurch, dass der Staat da eingreift, hat man natürlich die sogenannte Interventionsspirale, der Staat greift mit seiner Niedrigzinspolitik, mit seiner Regulierung, mit Energiewende, mit Bürokratie, mit Mietpreisbremse, mit Enteignungen immer weiter ein und das führt natürlich dazu, dass sich Leute eher zurückziehen, weniger bauen, dass sich das, wie es sich eigentlich automatisch regulieren würde, dass das nicht stattfindet und ja, das führt dann immer zu weiteren Eingriffen. Wie gerade schon kurz angedeutet, ich habe 2016 meine Wohnung damals verkauft, da habe ich dann 2015, kann ich mich auch noch genau daran erinnern, da habe ich dann gesagt, hey, es werden, also ich habe Anfang 2000 oder Ende 2014 habe ich mich angefangen, mit libertären Ideen zu beschäftigen und habe dann halt einfach, nachdem ich mich damit sehr intensiv beschäftigt habe, so Finanzen, Ökonomie, fand ich sowieso mal ganz spannend, ich habe ja auch früher im Fondsmanagement gearbeitet, in der Wirtschaftsprüfung gearbeitet, insofern konnte ich mich dafür immer sehr gut begeistern und da habe ich 2015 dann damals gesagt, hey, es werden Enteignungen kommen, es werden immer mehr Eingriffe in die Vertragsfreiheit kommen und wir werden sehen, dass die Grundsteuer erhöht wird, also Enteignungen hat es in Hamburg jetzt schon öfters gegeben, wo halt einfach Vermieter ihre Wohnung leer stehen lassen haben, man hat die dann weggenommen, man hat dann auf Kosten der Vermieter, hat man die Wohnung saniert, hat dann selbst Mieter ausgewählt und man hat halt, ja, das waren faktische Enteignungen, wir sehen immer mehr Eingriffe in die Vertragsfreiheit, jetzt mit dem Mietendeckel, Enteignungen auch in großem Stil in Berlin sind in der Diskussion, da gibt es dann auch, wenn da demonstrieren, dann heißt es so von wegen, hang your landlord, die Miethaie, das sind natürlich, ja, es wird natürlich gehetzt ohne Ende gegen die bösen Vermieter, die halt auch oft einfach nur, ja, eine Immobilie sich gekauft haben, um für die Altersvorsorge vorzusorgen, da ist natürlich, oder um für das Alter vorzusorgen, das ist natürlich mit der Rente, landen natürlich immer Leute in Arbeits- oder in Altersarmut, was ich auch damals gesagt habe, die Grundsteuer wird erhöht werden, das größte Risiko bei einer Immobilie ist, dass sie immobil ist und das heißt also, eine Immobilie kannst du nicht halt einfach, wenn es hier alles hart auf hart kommt, kannst du sie nicht einfach mitnehmen, das heißt, der Staat hat die Möglichkeit, die hoch zu besteuern, das wird er jetzt auch machen und was ich damals prophezeit habe, ist, dass die Grundsteuer, dass dann die erhöhte Grundsteuer nicht auf die Mieter umgelegt werden darf, also es wird auf jeden Fall eine Grundsteuerreform kommen, mit der Umlegung haben sie noch nicht ganz durchgekriegt, aber das ist in Diskussion. Insofern alles, was ich damals 2015 vorhergesagt habe, ist mehr oder weniger schon eingetreten oder wird kommen und ich weiß noch, damals haben mich viele für verrückt erklärt, haben gesagt, du verkaufst deine Wohnung in bester Lage, aber letztendlich, ja, mit Kenntnissen der österreichischen Schule kann man ganz gut immer vorhersagen, was kommen kann und natürlich, keiner kann in die Zukunft schauen, die Zukunft ist immer a priori unsicher, aber mit ökonomischen Kenntnissen kann man schon sehen, was als nächstes kommt. Natürlich und klar, die Vermieter, die Leute finden das natürlich alles ganz toll, das ist natürlich auch immer so ein bisschen, wie sagt man, Politik für die Mieter, den Mietendeckel finden die Mieter alle toll, ja klar, wer zahlt schon gerne hohe Mieten, aber was das langfristig für Folgen hat, das können die Leute meistens gar nicht erahnen, weil sie halt einfach ökonomisch umgebildet sind. Ja, den ganzen Wahnsinn am Wohnungsmarkt, dann verdeutte ich einfach dieses Beispiel hier, da hat der böse Konzern Deutsche Wohnen und sogar einige Genossenschaften haben sich aus Bauprojekten in Berlin zurückgezogen, sie haben halt einfach gesagt, das ist ökonomisch absolut Unsinn, sogar die Genossenschaften haben gesagt, hey, wir können diese Miete da nicht halten, wir können da keine günstigen Mieten anbieten und hat dann der Linken-Chef Riechsinger gesagt, hat gesagt, die Genossenschaften, die machen einen unwürdigen Einsatz für Wuchermieten, hat denen das halt vorgeworfen, auf der Seite der bösen Kapitalisten zu stehen, der bösen profitgierigen Kapitalisten, Deutsche Wohnen und alle anderen Vermieter, die machen ja sowieso nur bösen Profit auf Kosten der Mieter, also halt alles ökonomische Gesetzmäßigkeiten werden außen vor gelassen, wenn sogar die Genossenschaften sagen, die können das nicht machen, werden sie von dem Linken-Chef an den Pranger gestellt und wo das hinführt, da können wir auf jeden Fall mal gespannt sein. Ja, Ayn Rand hat ja so schön gesagt, man kann die Realität ignorieren, aber man kann nicht die Konsequenzen einer ignorierten Realität ignorieren. Und das ist halt einfach, sie ignorieren ökonomische Gesetzmäßigkeiten, die wie Naturgesetze sozusagen gelten, aber dass natürlich halt die Leute sich dann zurückziehen, sagen, wir bauen nicht mehr, wir machen da kein Gewinn mehr mit, es wird uns alles Verluste beschweren oder ja, wir müssen halt einfach Geld irgendwo hernehmen, was wir nicht haben. Das ist natürlich dann die Realität, die versucht man dann auch zu ignorieren. Auf jeden Fall sehen wir halt einfach, das wird immer zu weiteren Verknappungen führen, was dann natürlich die realitätsfremden Politiker dazu veranlassen wird, immer noch weiter einzugreifen. In Hamburg sieht man jetzt schon, dass Einfamilienhäuser nicht mehr gebaut werden dürfen, dafür gibt es keine Baugenehmigung mehr und ich gehe mal davon aus, dass immer mehr Enteignung sehen werden, dann ich glaube, eine Bauministerin, ich weiß nicht, ob das eine Berlinerin war oder sogar die Bundesbauministerin, hat gesagt, dass die Wohnfläche begrenzt werden kann oder das hat sie direkt nicht so gesagt, aber sie hat, das war auch 2015, 2016 oder so, hat sie gesagt, dass die Großstadtzingel sowieso nicht mehr als 30 Quadratmeter pro Person brauchen, weil sie sind ja sowieso den ganzen Tag nur um Arbeiten, abends sind die dann ja mit ihren Freunden in Bars unterwegs, insofern mehr als 30 Quadratmeter braucht man es sowieso nicht, da kann man sich denken, was kommt in der DDR, früher war das halt auch zu Nachkriegszeiten, weil es in Wien war es zum Beispiel so, in Deutschland war es bestimmt auch so, wo dann gesagt wurde, okay, pro Person nur ein Zimmer, alles andere ist verboten, dann muss man dann, ja, dann wird dann vorgeschrieben, okay, entweder nimmst du Leute noch mit rein oder muss dir irgendwelche Strafzahlungen leisten, Bauzwang ist jetzt, da ist ja dieser Boris Palmer aus dieser Grüne, der hat das vorgeschlagen, das ist auch deutschlandweit im Gespräch, dass Grundstücke, die brach liegen und bebaut werden können, die müssen bebaut werden und die Linken in Berlin, habe ich heute noch geteilt, die sagen, ein Kaufpreisdeckel, das heißt, wir sehen ja immer, immer, dass halt, wenn Leute was verkaufen, natürlich durch die Asset Price Inflation, macht man da ganz gute Gewinne und das soll auch verboten werden. Ansonsten sehen wir halt auch Klimasanierung, Ladestationen für Elektroautos, wären Pflicht, Zwangshypotheken, ja, wer weiß, das gab es früher auch, ich glaube 1952, wo man einfach gesagt hat, wir haben so hohe Startschulden, mit dem, wie heißt es, mit dem Versailler Vertrag war das, glaube ich, ich kann es aber gar nicht mehr genau sagen, auf jeden Fall, Zwangshypotheken gab es schon mal in Deutschland, die werden immer wahrscheinlicher und die Grundsteuer, wie gesagt, die Immobilie ist immobil, die Grundsteuer wird definitiv steigen, es wird auf jeden Fall teurer, sagt man natürlich, nein, es wird nicht teurer, aber ich denke mal, ja, ein Staat, den die Ausgaben davon laufen, der wird da auf jeden Fall zugreifen. Ja, und da ist natürlich, ich habe mir das alles ganz rational angeschaut, also ich muss sagen, ich wohne in Hamburg, alleine auf 135 Quadratmeter, habe eine sehr schicke Wohnung, die ich jetzt auch für ganz gutes Geld verkauft habe und da habe ich dann halt einfach gesagt, hey, die Risiken wären mir zu groß, da will ich mal sehen, dass ich das Geld besser diversifiziere und ich muss auch sagen, ich bin hier in Ottensum, ich gehe hier um die Ecke, da ist hier Antifa-Hochbrock, überall hängen Aufkleber von der Antifa, ich meine, wer hier meinen Kanal kennt, der weiß, dass ich auch schon Probleme mit meinem Standtisch wegen der Antifa hatte, also ich habe nicht große Angst vor der Antifa, ich kann mich auch verteidigen, aber ich meine, ich werde im Supermarkt, werde ich schon angesprochen, das sind dann halt Leute, oder auch auf Partys, werde ich angesprochen von Leuten, die mich kennen, es ist natürlich, meistens sind die mir freundlich gesinnt, aber, ja, die, sozusagen, das Vorgehen gegen Andersdenkende wird halt immer krasser und da bin ich halt einer, der hier immer größer werdenden YouTube-Kanal hat, bin dann einer der Ersten, die dann, ja, wo dann die Antifa mal zu Hause vorbeischaut, das Haus beschmiert oder dann auflauert, also wie gesagt, ich habe da, ich habe da keine Angst vor, aber Bock habe ich da nicht unbedingt drauf, insofern, wie gesagt, da habe ich mich dann dafür entschlossen, bei diesem ganzen Wohnungsmarkt, der mal verrückter wird und bei meiner Wohnsituation, einfach dann hier die Wohnung zu verkaufen und, ja, ob das eine gute Entscheidung war, wird man erstmal ein paar Jahren sehen, aber jetzt hat sich das erstmal ganz gut angefühlt. Ja, kommen wir zum dritten Bereich, Datingmarkt, also, normalerweise rede ich ja nicht ganz so viel über mein Privatleben, aber ich habe mal, habe ich dann mal öffentlich gepostet, weil libertäre Kollegen meinten, hey, mach das doch mal öffentlich, da hatte ich mal, ähm, von einem Date, mal ein bisschen was berichtet, ich will jetzt auch hier, einfach mal ein bisschen aus den Nähkästen reden, ähm, bei dem ganzen Wahnsinn, mit dem ganzen politischen Klima, mit dem ganzen Kampf gegen Rechts, mit dem ganzen Klimawahn, da denkt man ja immer, ach, das ist ein Medien, das sind nur ein paar Leute, die das betrifft, aber, wenn man so in einer Großstadt unterwegs ist, als Single, wenn man dann, neue Menschen oder speziell Frauen kennenlernt, dann merkt man dann ganz schnell, dass das wirklich in den Köpfen von vielen total präsent ist, also, ähm, so wird halt auch einfach der Datingmarkt immer mehr politisiert, da habe ich zum Beispiel auch Kumpels, die irgendwie, die treffe ich dann irgendwie beim Feiern, die sagen, hey, ich bin gerade mit einem Mädchen ins Gespräch gekommen, der hat ihn erst mal gefragt, du, ich hoffe, du bist keiner von diesen besorgten Bürgern, oder kein AfD-Wähler, wo ich sage, hey, sag mal, geht es nicht darum, erst mal die Leute kennenzulernen, anstatt die erst mal politisch irgendwie einzuordnen, ähm, und so ist mir das dann auch, ähm, widerfahren, von der Geschichte erzähle ich gleich auch mal, oder, man muss halt einfach nur mal in die Dating-Apps reinschauen, also, wenn man da mal bei Tinder reinschaut, da sieht man auch immer mehr, dass irgendwie, die schreiben, Nachhaltigkeit ist super wichtig, oder FCK-Nazis oder AfD-Wähler sind No-Go, ähm, oder, ich habe mir hier was rausgeschrieben, eigentlich, ich könnte dich da mal wieder zu machen, da habe ich ein paar Screenshots gemacht, ähm, das ist natürlich datenschutzrechtlich, ist das auch nicht ganz so einfach, dann schreiben die Frauen, wenn du der Meinung bist, dass es okay ist, Menschen im Meer ertrinken zu lassen, zweifel bitte einfach weiter, oder einer hat geschrieben, oder, ähm, die hat da ein Idioten-Selbstausschuss-Verfahren, meinte sie, ist das, dann hat sie geschrieben, Seenotrettung ist kein Verbrechen, Feminist-Sternchen-In zu sein, heißt Chancengleichheit zu verlangen, und sollte somit eine Selbstverständlichkeit sind, Klima, äh, Selbstverständlichkeit sein, Klimademos sind keine Ausrede für faule Kids, um Schule zu schwänzen, Diskriminierung jeglicher Art fällt nicht unter Meinungsfreiheit, und da schreit sie, Basics geklärt, super, dann können wir ja gerne, äh, gemeinsam tanzen, bis die Füße schmerzen, faulenzen, philosophieren, oder eine Revolution starten, und das Schlimme ist, ähm, also, wie gesagt, man sieht immer öfter irgendwelche Bilder, mit politischen Parolen, so Multikulti, Feminismus gegen Nazis, und, äh, natürlich sind das oft halt einfach so diese typischen Frauen mit feministischer Frisur, voller Tattoos, oder halt irgendwie, wo man den schon direkt ansieht, okay, das sind wahrscheinlich Hardcore-Linke, aber, es sind auch oft ganz normale Frauen, und du denkst, hey, die sehen ja super sympathisch aus, wäre die perfekte Mutter für meine Kinder, und dann liest du die Beschreibung, und, ähm, dann siehst du halt einfach, dass die politisiert sind ohne Ende, ja, also, ich, ich muss auch sagen, ich habe eigentlich immer nicht so Probleme, Frauen kennenzulernen, also, ähm, mit Frauen ins Gespräch zu kommen, wenn ich sie irgendwo auf der Straße sehe, oder im Supermarkt, oder immer feiern, habe ich keine Probleme, die Frauen da anzusprechen, und kann mich da eigentlich nicht beklagen, aber, ich habe ja einen Fall auch schon mal bei, ähm, öffentlich gepostet, bei Telegram, und bei Facebook, das ist der Fall, den ich gerade zu Anfang angesprochen habe, das war ein Mädel, der habe ich dann, der habe ich glaube ich im Blumenladen, habe ich sie angesprochen, wir hatten dann im Spätsommer, hatten wir ein Treffen an der Alster, haben dann entspannt an der Alster gesessen, und das Mädel schien dann auch irgendwie relativ offen zu sein, hat auch, ohne dass ich es irgendwie angesprochen habe, hat sie sich irgendwie impfkritisch geäußert, aber ich versuche halt immer Politik, halt so vor allem bei den ersten Treffen halt immer wirklich rauszuhalten, aber natürlich, dadurch, dass ich hier YouTube mache, dass ich da politisch unterwegs bin, kommt es natürlich irgendwann auf, und das Mädel, also, das Date lief ganz gut, war auch ganz gut Anziehung, da, und ich hatte mich eigentlich schon auf das nächste Treffen gefreut, da wollte ich mit ihr einen kleinen Ausflug machen, da habe ich ihr aber in der Zwischenzeit, habe ich ihr dann ein Video von mir zugeschickt, von Fridays for Future, das hat sie sich dann angeschaut, und dann kam eine Nachricht von ihr, wo sie meinte, hey, ich würde da gerne von dem nächsten Treffen Abstand nehmen, wo ich dann einfach gesagt habe, hey, ich akzeptiere deine Meinung, aber würde mich mal interessieren, warum, weil ich hatte eigentlich das Gefühl, dass es ganz gut gelaufen ist, und da meinte sie dann nur, ja, ich glaube, wir haben bei vielen Sachen dann so eine komplett unterschiedliche Meinung, das passt einfach nicht, so beim Thema Klima und so, und da sieht man halt einfach, wie politisiert alleine schon der Datingmarkt ist, oder auch eine, die hatte ich dann über Tinder kennengelernt, mit der hatte ich mal so ein bisschen geschrieben, habe dann auch mal, der vorher schon mein, ein Video von mir zugeschickt, was sie dann auch irgendwie, auf jeden Fall ganz neutral gesehen hat, haben wir dann trotzdem weitergeschrieben, wollten uns dann mal jemanden treffen, und dann meinte sie irgendwann, hey, ich wollte mal ein bisschen deine Videos schauen, und wenn man dann bei Google eintippt, Große Freiheit TV, dann kommt da als Autovervollständigung rechts, und auch wenn du das eingibst, dann findest du überhaupt nichts, außer dass vielleicht die Antifa sagt, der rechte YouTuber oder so, aber sonst findest du überhaupt nichts, aber das hat die dann als Aufhänger genommen, und meinte, ja, Google sagt mir, dass das Große Freiheit TV rechtsgesinnt ist, und ich so, äh, du, sorry, also, äh, wenn du jetzt schon so einen politischen Gesinnungstest machst, dann, dann, dann müssen wir uns überhaupt nicht treffen, dann habe ich da, also ich habe mir dann nett gesagt, dass ich dann da auch an solchen Frauen eigentlich kein Interesse dran habe, oder auch mal eine, ähm, da hatte ich, da hatte ich auch mal eben auch kennengelernt, dann haben wir uns ganz gut unterhalten, sie schien auch sehr offen und alles zu sein, und sie war Australierin, wir haben uns auf Englisch unterhalten, und dann meinte sie irgendwann, ja, you with the white privilege, und ich dann so, okay, also, ich bin noch gar nicht groß drauf eingegangen, ähm, ja, und mit der Frau, ja, da kam dann nachher Politik auf, und, ähm, naja, dann ist es dann natürlich nicht so gut ausgegangen, also, oder auch, dann lernt man Feministinnen kennen, die, ähm, die dann so nebenbei erwähnen, wie Frauen doch immer erdrückt werden, oder unterdrückt werden, und Gender Pay Gap, und so, wo du denkst, so, oh mein Gott, oh mein Gott, natürlich als, ja, oder, es gibt halt, oder es gibt halt Frauen, die, die ja auch schon beim ersten Date ganz offen von ihren sexuellen Abenteuern erzählen, wo sie meinen, hey, ich war jetzt lange Single, hab jetzt irgendwie viele One-Night-Stands ausprobiert, hab drei ausprobiert, mehr Männer und Frauen, und, äh, wo ich denke, ey, sorry, das interessiert mich überhaupt nicht, und, ähm, ja, ich hab ja auch hier ein Video gemacht, zur Ökonomie des Sex, ähm, wo ich dann so ein bisschen auf diese sexual, auf diese freizügige Sexualmoral drauf eingegangen bin, eigentlich muss ich da nochmal ein Video mehr machen, ich hab da, ähm, in letzter Zeit nochmal viel zu recherchiert, mir viele Gedanken drüber gemacht, ähm, da kommt auf jeden Fall demnächst auch nochmal ein Video, da muss ich natürlich ganz vorsichtig sein, wenn ich dann sage, dass so, sowas wie Slutsch-Shaming, auch gesellschaftlich sehr wichtig ist, ähm, da muss man aber natürlich, wenn man sowas von sich gibt, wie gesagt, muss man sehr, sehr vorsichtig sein. Jetzt gibt es natürlich welche, die sagen, ach, bei Frauen, bei Dates, muss man sich doch überhaupt nicht über Politik unterhalten, man soll sich doch erstmal gegenseitig kennenlernen, ja, das probiere ich auch, aber, es ist halt, äh, Politik ist natürlich, ähm, soll natürlich auch irgendwann ein Thema sein, spätestens, wenn man dann, äh, Kinder mit einer linksgrünen Frau hat, Frau hat, wenn es dann darum geht, dass die Kinder eben wie alle möglichen Impfungen erhalten sollen, oder, bei Fridays for Future mitlaufen sollen, oder dann beim Transgender-Tag, wo dann der Junge, äh, Mädchenklabotten anziehen soll, oder umgekehrt, äh, äh, da ist es schon sehr wichtig, äh, wenn man dann, ja, äh, dass man sich wenigstens unterhalten kann, dass dann, die eigene Frau wenigstens offen für, für andere Argumente ist, und nicht, ähm, alles blind, ähm, einfach alles blind übernimmt, was den, was hier irgendwie bei der Tagesschau vorgegeben wurde. Und, ähm, natürlich kann man auch sagen, ja, äh, ist doch alles nicht so schlimm, äh, ist doch, äh, genieße es doch einfach, natürlich für Männer, die natürlich nicht so langfristig denken, wenn man jung ist, und wenn man halt einfach nur ein bisschen Spaß haben will, dann sind das natürlich optimale Bedingungen, sind natürlich auch vor allem die, die Frauen, die sich feministisch, äh, äh, äußern, die sind natürlich sexuell meistens sehr, sehr offen, aber natürlich, wenn man sagt, man möchte, ähm, ähm, man möchte auch mal Frauen, Kinder haben, da muss man natürlich, ähm, sich die Frauen ein bisschen genauer anschauen, und wenn man dann ein konservatives Weltbild hat, wenn man auch sagt, hey, ähm, man möchte, man möchte eine stabile Familie haben, man möchte mit der Frau auch ein Kind zusammen großziehen, man möchte sich nicht vorzeitig trennen, weil es dann irgendwie nicht klappt, ähm, da wird es dann schon ein bisschen schwieriger. Und, ähm, ja, aber ich will mich da halt auch gar nicht groß beschweren, ich sage einfach nur, was ich für Erfahrungen gemacht habe, ähm, ähm, natürlich gibt es auch viele tolle Frauen, ich lerne auch, ähm, Frauen manchmal kennen, die dann halt ein sehr konservatives Weltbild haben, wo dann aber andere Sachen nicht passen, aber, ähm, ja, wie auch gerade schon gesagt, man kann sich natürlich beschweren und sagen, ach, die Frauen sind alle, äh, total linksgrün versifft, aber, ja, entweder, ich sage mal, love it, leave it, or change it, in diesem Fall werde ich auch einfach sagen, hey, ähm, da schaue ich vielleicht dann mal besser, ähm, ja, im Ostblock, da immer, wenn ich da unterwegs war, ich war ja auch in Weißrusten oder in der Ukraine, okay, wenn ich da war, dann war ich die meiste Zeit vergeben, ähm, ja, ähm, da, da gibt es dann, da habe ich dann mal mehr Frauen getroffen, die, die viel konservativer sind als hier die deutschen Frauen, die dann so meinem, sozusagen, ähm, die dann einfach noch weiblicher sind, die dann halt einfach, ähm, ja, Familie mehr wertschätzen, die auch nicht, ja, die, die auch nicht sagen, hey, ich möchte auf Kinder verzichten, weil Kinder haben ja, ähm, ähm, 50 Tonnen CO2-Klima, Klimakiller-Kinder und so, weiter, ähm, ja, auf jeden Fall, um das nochmal alles zusammenzufassen, also, man könnte natürlich jetzt sagen, jeder Punkt einzeln wäre vielleicht nicht ganz so schlimm, ähm, ich sage mal, wenn das politische Klima, ähm, so wäre, oder der Wohnungsmarkt, dann könnte man sagen, ach, alles nicht ganz so schlimm, aber, ähm, oder, oder wenn nur die Frauen, irgendwie, wenn es mit den Frauen für mich, nicht ganz so einfach wäre, dann würde ich vielleicht sagen, ach, ich könnte es immer noch aushalten, ich habe hier trotzdem eine schöne Zeit, in Deutschland, irgendwie, in letzter Zeit kommt so alles auf einmal, wo ich sage, hey, ähm, meine Schmerzgrenze ist mittlerweile erreicht, wo ich sage, hey, äh, man nimmt mir den Spaß am Autofahren, ähm, man schränkt immer mehr die Meinungsfreiheit ein, äh, ich laufe hier durch Ottensen, durch die verkehrsberuhigte Zone, und denke so, ey, das wird bald überall so sein, ähm, insofern, ähm, da habe ich dann einfach mal gesagt, okay, das ist ein Wind aus einer Richtung, die mir nicht gefällt, da kann ich natürlich irgendwie, mich Gott weiß nicht drüber aufregen, aber, ich sage einfach, ja, der Wind wird aus einer Richtung, und ich setze dann die Segel, ich, ähm, habe da auch gar keinen Gräuel, oder sage irgendwie, die Leute zerstören meine Heimat, so wie andere das sagen, da gibt es ja auch eher so die, Leute, die völkisch eingestellt, die sagen, wir müssen für unsere Heimat kämpfen, wo ich sage, hey, wenn die Leute den Weg so gewählt haben, dann sollen die das einfach, und, ja, wird sich schon alles fügen, also, ähm, für mich ist es halt einfach so, ja, ich werde jetzt erstmal ein bisschen rumreisen, mein Plan ist, ähm, nach Sri Lanka, da den Winter verbringen, ähm, dann wollte ich nach Ostafrika, da wollte ich dann auch, ähm, die Gorillas in den Bergen sehen, da, vielleicht mache ich das von Kongo aus, hat Christoph Heuermann ja auch gemacht, ähm, 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 dann wollte ich nach Südafrika, da vielleicht ein bisschen surfen, mal schauen, bisschen tauchen, äh, mit dem weißen Hai, vielleicht fahre ich dann auch Paraguay rüber, rüber, besorge mir da eine Aufenthaltsgenehmigung, muss ich nochmal schauen, also bislang noch nichts gebucht, nur erstmal ganz grob geplant, und, äh, dann wollte ich den Sommer wieder in Hamburg verbringen, da ist ja auch das Problem, eigentlich dachte ich ja, ich nehme mir ein schönes, schickes Airbnb, aber, da haben die Regulierung, machen das auch nicht einfach, ähm, da, ähm, habe ich mal reingeschaut, da gibt es auch immer weniger, weil, ähm, ja, man muss sich für Airbnb mittlerweile registriert haben, das ist auch alles abgewirkt, ohne Ende der Markt, insofern, werde ich dann den Sommer in Hamburg verbringen, wahrscheinlich muss ich ins Hotel gehen, und kann kein schönes Airbnb nehmen, und werde mir dann im Herbst halt einfach mal Polen ein bisschen genauer anschauen, vielleicht werde ich mal nach Russland fahren, und werde mal schauen, ob ich mir da vielleicht halt einfach ein bisschen was aufbaue, eine Wohnung miete oder eine Wohnung kaufe, ich muss mal schauen, auf jeden Fall, ja, ähm, ich sehe mich zwar sonst so als verwurzelter in Norddeutschland an, also ich liebe Hamburg, aber, wie gesagt, meine Schmerzgrenze ist mittlerweile überschritten, ähm, und einfach mal schauen, was sich so ergibt, und ich denke mal, das wird sich schon alles irgendwie fügen. Also, ab nächstem Jahr, ab 1.1., 1.1. ist Wohnungsübergabe, ich muss mal schauen, wann in der Pflege nach Sri Lanka geht, ähm, das Gute ist auch, wenn ich dann nicht mehr so oft in Deutschland bin, dass ich dann hier steuerfrei bin, dass ich da auch ein bisschen mehr, der, ganz Raubtier kapitalistisch an, mit Kryptowährungen, mit, mit Wertpapieren und so spekulieren kann, ist dann alles schön steuerfrei, ohne dass ich, äh, hier 25% Kapitalertragssteuer zahle, ähm, auch keine Sorge, die, der Kanal wird ja weitergehen, das haben mich immer ganz viele gefragt, hey, was machst du denn eigentlich mit deinem Kanal, also, ich werde auch von unterwegs, irgendwie mal schauen, ob ich da Leute interview, oder, ich habe ja immer spannende Sachen, die mir durch den Kopf gehen, wo ich dann Videos auch von unterwegs machen werde, also, ich werde nicht groß reisen, ich werde mehr irgendwo, äh, an einem Ort sein, wo ich dann mir eine nette Wohnung nehmen werde, und dann, weil man ein ganzes Equipment dabei haben werde, ähm, vielleicht mache ich auch wieder Vlogs, als ich in Mexiko war, habe ich auch Vlogs aus libertär, freiheitlicher Sicht gemacht, ähm, mal schauen, was da so kommt, also, ich sage ja auch immer, ähm, mein Kanal hier ist so, so ein bisschen, der begleitet mein intellektuelles Wachstum, ich lese ja immer sehr viel, beschäftige mich mit allen möglichen Sachen, und, ähm, ja, wissen, was man nicht teilt, ist nichts wert, sage ich immer so schön, versuche dann halt auch immer, äh, ja, euch so an meinen Gedanken teilhaben zu lassen, und, ähm, mal schauen, was so aus großer Freiheit TV wird, auf jeden Fall, mir macht Spaß, hier die Videos zu machen, ähm, man wird dann natürlich, weiterhin auch Videos machen, vielleicht nicht ganz so regelmäßig, aber in letzter Zeit, wie ihr vielleicht gemerkt habt, ist es auch nicht ganz so regelmäßig gewesen, aber, denk mal, alle, alle ein, zwei, drei Wochen werden da bestimmt Videos kommen, je nachdem, wie viel Lust ich habe, ja, das war es auch wieder von mir, vielen Dank, dass du dir hier meine Gedanken, über das Auswandern angehört hast, äh, jetzt interessiert mich natürlich auch, wie du darüber denkst, ähm, ich habe ja viele verschiedene Themen angesprochen, auch, auch, ich konnte einfach nur anreisen, da gibt es natürlich viel mehr Wahnsinn, über den man berichten kann, aber, ja, vielleicht bist du einer ganz anderen Meinung, ähm, ich bin gespannt über deine Kommentare, vielleicht sagst du auch, hey, ich bin schon ausgewandert, ich plane auszuwandern, oder, ich genieße hier den Untergang in Deutschland, ich habe einen sehr geringen Tax footprint, und, äh, lass es mir hier gut gehen, also ich denke mal, wenn man irgendwo auf dem Land wohnt, oder nicht in so einer Großstadt wie ich hier, dann kriegt man diesen ganzen grünen Waren auch weniger mit, obwohl Fridays for Future gibt es ja auch in jeder, in jeder kleinen Stadt, und, Klimaaktivisten gibt es in jeder kleinen Stadt, ähm, ja, klar, ich muss halt eigentlich auch sagen, dass ich natürlich so mit meinem, mit meinem Umfeld, ähm, auch eigentlich sehr prädestiniert bin, also ich habe, ähm, ja, ich habe eigentlich kaum jemanden bei mir im Umfeld, der, der da groß eine andere Meinung ist als ich, also klar, ich habe jetzt, wirklich nach, ich mache jetzt YouTube seit über drei Jahren, ähm, habe jetzt einen Freund gehabt, der, äh, mir die Freundschaft beendet hat bei Facebook, den ich ja schon lange nicht mehr gesehen habe, der, da haben wir ein bisschen Meinungsverschiedenheiten gehabt, aber ich habe auch gesagt, du, hey, ich habe da kein Problem, kann uns gerne treffen, lass uns dann beim, beim Bier drüber diskutieren, aber er hat einfach vorgesucht, umgezogen, ähm, ja, die Freundschaft zu beenden, um mir aus dem Weg zu gehen, wo ich sage, fair enough, ähm, also, ähm, ja, so ist es halt einfach, und wenn ich das so mitkriege, es gibt da, deswegen habe ich auch meinen Stammtisch in Hamburg gemacht, oder, ähm, sozusagen ins Leben gerufen, der geht natürlich auch weiter, da habe ich dann Leute, die das weitermachen, und ich werde im Sommer dann wieder dabei sein, da gibt es dann Leute, die haben bei sich im Umfeld kaum welche, mit denen sie offen über irgendwelche politischen Sachen sprechen, können, wo sie sich auch kritisch zum Klimathema, zum Migrationsthema und so weiter äußern können, ähm, ähm, da, da bin ich halt sehr, sehr prädestiniert, dass ich in meinem Umfeld, ja, eigentlich viele Freigeister habe, viele Leute, die ähnlich denken wie ich, ähm, und auch sonst nicht, ich meine, ich kann machen, was ich will, mir geht es finanziell gut, ähm, ja, eigentlich bin ich sehr prädestiniert, nur wie gesagt, die Schmerzgrenze ist mittlerweile erreicht, da wird Zeit, die Segel zu setzen, und wird bestimmte spannende Zeit, also, nochmal vielen Dank fürs Anschauen, ich bin gespannt auf eure Kommentare, und wir sehen uns beim nächsten Mal, bis dann, tschau tschau.